Typische Momente, die Frauen miteinander haben, das feiern wir in der heutigen Ausgabe der Werbewoche. Zum fünfjährigen Jubiläum schenkt sich Yves by Cardinal eine neue Werbekampagne. Unter dem Motto «It's a lady thing» soll veranschaulicht werden, was am Getränk geschätzt wird. In der Kreativküche der Werbeagentur Rod Communication hat man zusammen mit dem dänischen Regisseur Kasper Weddendal und dem Schweizer Fotograf Pierre-Luigi Maccourt drei verschiedene Szenarien angerichtet. Mehr über das weibliche Verhalten erfahrt ihr jetzt im Making-of. Viel Vergnügen! Hier sind diese besonderen Momente, die Frauen wirklich verbinden können. In diesen Situationen fühlen sie wirklich als echte Frauen. und Yves will diese occasionen auch. Wir wollen das in unserer Kommunikation aktivieren, in einer ungewöhnlichen, speziellen Weise. Deshalb haben wir Männer, und sie werden für Yves sprechen. Und ich bin sicher, in der Zeit Zeit, Yves wird die Nummer-one-femalige Beverage-Brand in der Schweiz. Wir sindater Jochen. Was wir haben empfunden, ist, dass diese Frauen... …eine Zahlen spielen mehrere IJs-Leute in ihrer Leben. Sie haben ihre Eltern, ihre Studenten, sie müssen sie schwerstellen bei der Arbeit haben. Aber manchmal muss sie sich selber sein, sie wollen, was sie echt sind, und wollen sie Informationenbilden. Das passiert, wenn sie mit ihren Freunden sind. I feel just fine and I love it like this You wanna swallow me? When women are with their friends, they behave naturally like women. But when you see that as a situation, it's nothing special because you're used to it. They just look like regular women. Which is why for a creative idea, we chose to use men as protagonists for our commercial. Because when you see female behavior in men, it's suddenly something special. We watch what happens when men accidentally drink an EVE. These men transform in a magical way. After they drink EVE, they suddenly wanna do female things. They don't wanna watch football anymore. They wanna share clothing tips and they want to suddenly dance. Something men rarely do. So actually, we wanted someone who had a very good touch and feeling with the actors, because we understood the story as being very complex. So he needed to be very good directing these actors that we chose so carefully. Um, I'd say a typical girls' moment. Oh, it's the... When they all are together and then a girl walks up or someone says something and they all get really excited and scream and jump up and down and clap. And it's particular to girls, guys don't really do that when something... We give each other high-fives and, you know... And, rah, 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 chest bumps and fist bumps and very manly things. And girls jump up and down and scream and clap. And I think that's pretty quintessential to being a woman. And this is the space we found where Yves, as a beverage, can play strong. Because now you have a brand that can unite and help these girls sharing these pleasurable, special moments. Yves. It's a lady thing. Zeretan Vorweg die Kreischen, Hüpfen und Klatschen ist Mädchen kromm. Am Schauspieler Christoph steht's einmal nicht schlecht. Jetzt! Er dringt in den Strafen ein. Aber Foul! Das gibt Penalty! Alle stehen! Die Fans da oben! Es ist doch... Hey, kommt nichts anderes! ...historischer Moment! Bip, 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 bip! Wie findest du? Wow! Yeah! Sonntag! Eve. It's a lady thing. Mit dieser witzigen Transformation sind wir bereits wieder am Ende der Werbewoche angekommen. Weiterhin gute Unterhaltung wünsche ich mit dem Werbeblog. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Tschau zusammen! Musik Sonne, Wind und Wasser. Wir decken unseren Strombedarf mit 100% erneuerbarer einheimischer Energie. Dafür stehen wir ein. Jeden Tag in der ganzen Schweiz. In Entwicklungsländern ist jedes vierte Kind unterernährt. Dagegen hilft Wasser. Denn wo Felder bewässert sind, werden die Menschen satt. Unterstützen Sie unsere Bewässerungsprojekte. Denn kein Kind soll Hunger leiden. Helvetas Gemäss K-Tipp hat die KPT den besten Kundenservice. Die führende Online-Krankenkasse mit persönlicher Beratung. Da fehlt doch noch etwas auf dem Zmorgentisch. Lassen Sie sich jetzt von der neuen Emmi Joghurtmilk überraschen. Ein cremiger Mix aus Milch und Joghurt mit genau der richtigen Konsistenz für Ihres Müsli. Emmi. Schweizer Genuss, der verzaubert. Wer sagt, lange Reisen seien langweilig? Wer sagt, man weiss nie, was sich hinter der nächsten Ecke verbirgt? Wer sagt, man könne die Regeln nicht brechen? Der neue Hyundai i40 Wagon. Ab 27'990 Fr. Bei Ihrem offiziellen Hyundai-Partner. Wenn I was younger, so much younger. Kommen Sie mit in die 60er Jahre. Zurück in die Zeit der ersten Massenhistorie. Am 27. und 28. November gastiert das Beatles-Musical All You Need Is Love in Zürich. Und wir präsentieren Ihnen eine Weltpremiere. Elvis steht als Starring Guest mit den Beatles auf der Bühne. Das Beatles-Musical All You Need Is Love exklusiv im Dolder Grand in Zürich. Am 27. und 28. November. Tickets gibt's auf starticket.ch Präsentiert von Stars in Concert International und Star TV. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Während der Schweizerwoche wird bei McDonalds alles etwas ländlicher. Diese Woche der Mac Raclette mit Schweizer Rindfleisch und feinstem Kaltbach Raclette Käse. Und zum Dessert eine Mac Fleury Doppelrone. Verkastende. 50. Zum Dessert eine Mike.